Das Game Banja vom französischen Team Schmarrn, das Multiplayer-Game Fantasy Star Online vom Sonic-Team unter Takao Miyoshi aus den USA oder die mobile Newsgroup-Anwendung Ima Hima von Niraj Janji Ima Hima Inc. aus Japan. Press the button. Und die erste goldene Nicker des Abends geht an Banja. Stellvertretend vom Team Schmarrn aus Frankreich, bitte ich Sébastien Cauchemarrn auf die Bühne. Applaus Bonsoir, guten Abend, Monsieur Cauchemarrn. Monsieur Cauchemarrn, wie viele Stunden spielen Sie so am Computer pro Tag in etwa? Na ja, ungefähr so viel, wie ich nach der Arbeit unterbringen kann. Wir spielen ungefähr zwei bis drei Stunden pro Tag. Das hängt natürlich von unserer Arbeitsbelastung ab. Ihre Arbeit hat ja einen friedvollen Aspekt. Ist das ein wichtiger Ansatz? Wollen Sie sich so unterscheiden von anderen Computerspielen? Die meisten Computerspiele wollen das Universum beherrschen und das ist nicht unser Ziel. Wir haben eine gute Beziehung zu den anderen Spielern. Das ist für uns sehr wichtig. Diese Insel Idland, ist es eine Fantasieinsel? Gibt es die wirklich? Eigentlich ist es ein Fantasieprodukt. Wir wollen aber auf einer Insel leben und für uns wäre das ein Traum, der Wirklichkeit wird. Und das ist ein sehr friedvoller Traum. Was sind Ihre zukünftigen Projekte? Was wollen Sie als nächstes machen? Wir arbeiten nun an einem Cartoon für Banja und für uns ist das auch wie ein Traum. Ist es auch ein Traum, die Goldene Nika gewonnen zu haben? Ja, wir sind sehr stolz auf diesen Preis. Vielen Dank an das Teamspann. Wir sind die anderen Teammitglieder, nur zwei oder andere junge Leute. Wir sind mehr als 30 Leute, ungefähr 40 eigentlich. Wir sind sehr stolz auf diesen Preis für Banja, den ersten schwarzen Helden von Videogames. Wir sind sehr stolz auf dieses Videospiel. Dieses Videospiel basiert auf guten gesellschaftlichen Beziehungen. Gratulation für die Goldene Nika. Vielen Dank. Ich kann außer Programm nur sagen, Ingrid, please accept my congratulations. Diese beiden Herren sollten ja so kleine Ohrstöpseln haben, in denen Ihnen Fragen, die du aufteilig bist.